Der Start in diesen Abend heute ist schon ein bisschen problematisch losgegangen. Mich freut es natürlich, dass die Stühle, die hier in der Stängern, nicht gereicht haben. Ist natürlich unheimlich toll für die, die jetzt ein bisschen warten haben müssen. War es nicht ganz so schön. Aber jetzt geht es los. Mein Name ist Stefan Ressler. Denke, das bahnen jetzt die meisten inzwischen. Ich bin seit relativ vielen Jahren als Lührermacher unterwegs und ich habe das Programm für heute zusammengestellt aus ganz alten Lührern und aus ganz neuen Lührermann. Ich sage ein bisschen dazu, so dass man es einordnen kann, aus welcher Zeit die sind. Clowns 2002. Vielleicht auch ein ganz klein bisschen autobiografisch. Der Zirkusdirektor steht in der Manege, geschminktes Gesicht, hart okay. Schon lang ist es nicht mehr so lustig gewesen, die Lachmuskeln tun uns schon weh. Als Clown bringt er Eltern und Kinder zum Lachen, er stolpert und steht wieder auf. Macht Witze, Grimassen und komische Sachen und setzt immer noch einen drauf. Niemand kennt seine geheimsten Gedanken und sieht nicht sein wahres Gesicht. Finanzblüter brachten den Zirkus ins Banken, sein Leben verkrankt und zerbicht. Doch aus der Entfernung sieht keiner die Tränen. Das Lachen ist laut und fast schrill. Er will lieber eingehen als wetternd sich schämen und ich sehe nur das, was ich will, will. Die Clowns bringen uns immer wieder zum Lachen mit ihren geschminkten Gesicht. Doch in den reizigen Mann halten wir nicht. Ich lache nun mal gern über lustige Sachen, was fühlt mich des anderen kehrt. Ich lache dafür sehr zu gern, soll ich mir die Sorgen der anderen machen. Ich ahne auch nicht das, was nicht stimmt, wenn der Herr sich so komisch beginnt. Probleme mit Noten, Probleme zu Hause, darum spielte man sich bösen Streich. Probleme im Unterricht und in der Pause mit Schülern und Lehrern zugleich. Er würde gern weinen vor Angst und vor Kummer, doch blödig stehe er seinen Mann. Darum zeigt er gleich eine hitzige Nummer als Clown, kommt er immer noch an. Die Clowns bringen uns immer wieder zum Lachen mit ihren geschminkten Gesicht. Doch in den reizigen Mann halten wir nicht. Ich lache nun mal gern über lustige Sachen, was fühlt mich des anderen kehrt. Ich lache dafür viel zu gern, soll ich mir die Sorgen der anderen machen. Ich war doch nicht das, was nicht stimmt, wenn der sich so komisch beginnt. Familie zerrüttet, nervlich am Ende und allzu viel Stress im Beruf. Die Clowns bringen uns immer wieder zum Lachen mit ihren geschminkten Gesicht. Doch in den reizigen Mann halten wir nicht. Ich lache nun mal gern über lustige Sachen, was fühlt mich des anderen kehrt. Ich lache nun mal gern über lustige Sachen, was fühlt mich des anderen kehrt. Ich lache dafür viel zu gern, soll ich mir die Sorgen der anderen machen. Ich war doch nicht das, was nicht stimmt, wenn der sich so komisch beginnt. Ich lache nun mal gern über lustige Sachen, was fühlt mich an, soll ich mir die Sorgen der anderen kehrt. Applaus